Ähm, Leute, es geht weiter in, 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 in King Kong. Ähm, ja, so. Und da kommen sie schon wieder. Sie haben uns noch nicht gewittert und... ... weil ich will mal ein Speer. Ja, passiert. Das irgendwie... ... ma, wie ich das hasse. Pfff. Wurfkünste. Wurfkünste. Hm. Ja, vielleicht hört man, dass ich will ein bisschen krank. Ich hab... ... schnupfen und, naja. Okay, wir können durch. Und man darf nicht einfach durchlaufen. Scheiße, 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 scheiße. Ja, passiert. Einfach mal die Schnauze halten. ... tot, ey. Ja, kann ich nicht, sonst stirbst du mir wieder ab. Genau, drei erst mal. Nein, ist es nicht. Toll. 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 Hm, 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 hm. Äh, äh, äh. Bestimmt aber jetzt. Aber vielleicht nur, wenn dem so ein... Hm? Schmeckt's? Ja, bestimmt. Ah, ne, lieber ein stecken gebliebener. Usch. Elegant den Speer wegnehmen. Hey. Toll. Jetzt hab ich kein Feuer mehr. Au, 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 au. Oh, danke. Pfff. Ähm, ja, sorry, dass ich nichts sage oder nur wenig sage. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich renne weg, ich geh nicht zu nah an. Jack! Hilfe! Tod. Keine Hilfe. Ja, muss ich ja wohl. Und... Das waren alle. Komm, wir gehen nach Hause. Ähm, ja, ich bin da schon. Löchlein. Oh nein, komm. Das war aber auch etwas... ...auffällig. Ähm... ...mhm... ...es, äh, als ich das letzte Mal geguckt habe, ...hatten wir... ...wie viel... ...da hatte ich 82% von dem Spiel. Das war Part 29, glaube ich, danach. ...hab ich geguckt. Ähm... ...das war Part 29, ja, wie ich jetzt schon 15 mal gesagt habe. Da hatte ich 82% und ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen, einigermaßen schnell. Bin ich schon am Laufen. Genau, 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 tötet mich. Pff, kann ich nicht entflammen. Äpisch. 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 Wie viel Zeit habe ich noch? Ach, ich habe noch, ich habe noch. Krrrr. ...ja, ich habe heute noch ein paar Folgen von Slifox geguckt, den kennen vielleicht ein paar von euch. Das ist, glaube ich, irgendein... ...keine Ahnung was. Jedenfalls sehr bekannt als Let's Player mit 140.000 Abonnenten. Ist schon ein bisschen... Wovon? Hm, egal. Hm. Hä? Wenn ich jetzt hier vorbeigehe, kommt hier irgendwas? Hä? Hä? Wo muss ich denn hin? Hä? Hä? Nein, hier nicht. Hier komme ich ja. Äh... Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo es weitergeht. Hm. Pusch. Hallo. Also... Ach, hier sind wir. Ah, das sagt ja vieles. Muss ich also... ...da... ...raus. Ah. Ja, das... ...das kann ich ja nicht wissen. Ja, sorry, wenn ich manchmal ein bisschen verpeilt bin. Äh, ja, ich gucke. Hm? Jo. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Hier was? Hä? Wo ist die denn? Da. Ja. Ja. Die läuft in der Luft, genau. Ich hasse dich. Spring. Hm. Äh... Ähm, Moment, 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 Moment. Ich geb mir hier den Part und sag dann... Moment, ciao. Ciao.